Hallo Leute und herzlich Willkommen bei Let's Play Game of Thrones. Ja, das Spiel zur Serie von Telltale Games, was vor kurzem jetzt gerade rausgekommen ist. Und ich freue mich total. Ich liebe die Serie. Ich lese im Moment auch die Bücher. Ich bin absoluter Fan und deshalb freue ich mich tierisch auf das Spiel. Und wie man es von den Telltale Games kennt, wird das Spiel in Episoden erscheinen. Diesmal sind es sechs an der Zahl. Das heißt, wir werden die erste Episode spielen, dann vermutlich eine Wartezeit von circa einem Monat haben, sag ich jetzt einfach mal. So kenne ich es von den anderen Spielen. Und dann wird es weitergehen. Ja, wie gesagt, wer Game of Thrones nicht kennt, schaut euch die Serie auf jeden Fall an, wenn ihr euch für Fantasy und so interessiert, sehr zu empfehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Story auch verstehen kann, ohne Hintergrundwissen zu haben. Ich könnte es mir vorstellen. Ich denke, das ist jetzt nicht nur was für die Fans. Aber es ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man so ein paar Namen, Charaktere und so kennt, dann dürfte das schon richtig gut sein. Und das Spiel ist mit englischen, also auf Englisch mit englischen Untertiteln. Die Deutschen kommen ja erst immer ein paar Monate später. Und ein paar Monate konnte ich jetzt einfach nicht mit dem Let's Play warten. Und ich wollte es auch auf jeden Fall blind machen. Ich kann euch aber sagen, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt nicht so gut Englisch, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und gut zuhört, die Untertitel mitliest, dann kann man das auf jeden Fall verstehen. Und vieles ergibt sich ja auch aus den Handlungen. Ich werde leider nicht allzu viel übersetzen können. Ihr wisst ja, die Spiele von Telltale Games sind sehr dialoglastig. Das heißt, ich werde kaum dazu kommen, etwas zu sagen, geschweige denn zu übersetzen. Das wird niemals funktionieren. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann versucht es auf jeden Fall mal, auch wenn es Englisch ist. Es ist gar nicht so schwer. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich freue mich total auf das Spiel. Und bin gespannt, was uns da erwartet. Und soweit ich das verstanden habe, spielt das Spiel so ungefähr in der dritten Staffel der Serie. Heißt natürlich, wenn ihr jetzt erst, ja, in der ersten Staffel seid, dann werden hier auf jeden Fall Spoiler enthalten sein. Also, falls euch da nicht spoilern wollt, schaut es lieber nicht. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich habe gerade eine kurze Testaufnahme gemacht. Kann ich das jetzt hier noch irgendwie ändern? Ich schaue einfach mal. Jo, Episode 2 geht noch nicht. Ja, hier kann ich es ändern. Das ist sehr schön. Hätte ich gerne das hier von mir aus. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Episode 1. Für tausende von Jahren war das Haus Forrester loyal verbündet zu dem Hause Stark. In den dunkelsten Ecken des Wolfswaldes fällen sie die seltenen Eisenholzbäume. Jetzt ist der Norden durch den Krieg getrennt und die verfeindeten Häuser versuchen den Forrester Eisenwald für sich zu beanspruchen. Und das Schicksal des Hause Forrester steht auf dem Spiel. Die Trout, die Trout, die Trout in der Tower und die Trout in der Nähe von den Männern getrennt wurde. Und die Frauen getrennt wurde. Du denkst, er hat es sich selbst gemacht, wie er es sagt. Die Forrester-Sword wird sich selbst nicht verleicht. Aha, das ist also unser Hauptcharakter, der Garrett. Ja, ich mach ja schon. Ja, ich mach ja schon. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe eine Hand-Achung, du kennst. Ich habe Hand-Achung, du kennst. Hand-Achung, was? Capturin' ihn? Er war noch nicht nahe der Kingslayer in der Whisperin'-Wood. Er war so drunk, er hat er nicht aus seiner Tent. Sch, dann fertig. Er wird sprechen alle Nacht, wenn du ihn verletzt hast. Du hast den Kingslayer? Ja. Na, ich hab' die Hand in es. Nein. Hand round his ankle, als zehn others took him down. See? What do I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. Not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Noren's honour. I'm questioning Noren's story. He's grows more far-fetched every time he tells it. Get your leads load some wine. Go on. Okay, ich nehm' keine Befehle von dir entgegen. Wer ist das überhaupt? Ich nehm' keine Befehle von dir. Nein, aber du nehm' keine Befehle von ihm. Du Idiot, du bist sein Schuier. Ich fett ihm ein bisschen Wein. Okay, okay. Danke, Gerrit. Ich mach's. Noren's Familie hat Haus Forrester für Jahre gebetet. Seine Ehre ist außer Verabschung. And Haus Tully is forever in his death. They've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Noren across the battlefield. That's your cup. Tonight we celebrate. To Robb Stark, the king in the north. The king in the north! Tomorrow we march on Casterly Rock and Haus Forrester has been given the greatest honor to lead the young wolf's army and ride as the vanguard. The cults are fabulous. Onward to Casterly Rock! Get to the Lannister! Der Winternaht! Winter is coming! Winter, baby! Winter, baby! Winter up your ways till this bloody war's over. Garret? Yes, m'lord. Was meint er? But I can't expect you to squire forever How shall I reward your loyalty? What can I offer you? Let me fight for you, my lord You've more than proven your ability on the battlefield No, man would question that there were those who are their doubts when your uncle put forth your name is my squire But you've erased those doubts entirely It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the Vanguard tomorrow Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester It's well-deserved, Garret Okay Your hard work has paid off Thank you, my lord I promise I won't let you down That I don't doubt But for now, keep this between us We're celebrating tonight I wouldn't want the other squires to feel discouraged Yes, my lord Now go and find Roderick, if you can I will, my lord Thank you Also, der Garret ist auf jeden Fall schon mal sympathisch, finde ich Bloody hell Empty Squire! Nein, kein Wein mehr Squire! Pitches more Wein! Can you give me a hand? Come on Can I get up to you? Okay, okay, wir helfen ihm Yeah, no problem I have been a squire longer than you So I outrank you You should help me Fetch more Wein Scrub my armor Clean my boots Just my luck to end up with Norrin Will you serve the lord Let him fetch his own wine for once Könnte schlimmer sein Liar And an arrogant prick You'd better watch your tongue going It could be much worse What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norrin See, that's where you're lucky Low expectations If I'd grown up covered in pig shit shovel and slop Well, maybe I'd think Saddling his horse was the greatest on there in the seven kingdoms I suppose this beats pig farming Wer liebt keinen Speck Who doesn't love bacon? Da guckt er nur Big farmers Big farmers All I'm saying is At this rate will never be more than this Which is nothing The lowest of the law For all I know We could be squires for life All in wine around that fucking wedding What a waste of fucking time Give it time You'll get there I'm easy for you to say Maybe if my uncle were Castle and a house Forrester I'd feel different Who my uncle is That's nothing to do with it How much further It's right over there Oh Die rote Hochzeit Wer die Serie kennt Wer weiß genau, was jetzt los ist Take your time You lot have drunk your share Good thing, Lord Walders In a generous mood Fucking phrase Nice night for a wedding Not often he finds a willing husband For one of his daughters Don't expect me to carry it for you, Sir Gerard What? What's wrong? It's gone into you Oh, man Oh, shit Was? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Alter Das kam plötzlich Oh, shit Oh, shit Los, los, schnapp dir den Schild. Wow! Okay, weiter. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, zur Seite. Oh, wie krass. Oh nein, nein, nein. Ich hab versucht, ihn zu retten. Ich musste. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Walter Frey. You fucking traitor. Go, mein Lord. While there's still time. Oh, shit. Seven hells. Was? We have to keep moving, mein Lord. That'd never make it. They'll hunt us down like dogs. Walter Frey says time. Don't run free! I got this with your life. Return it to Ironrath where it belongs. There's no time to waste. I'll be damned if I let it fall into the hearts of those traitors. You have to go. There's still time, my lord. We can both get... You must go. My lord. By the gods. You will obey me. Ja, wir müssen ihn zurücklassen. Tell him. The North Grove must never be lost. Tell no one but him. You understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. Okay. Ja. Okay. Ich schwöre. I swear that I will, my lord. Hey. It's those foresters. Oh, your honor. You must do this for your house. Go. Kill those fucking foresters. We love the all-da free! Untertitelung des ZDF für funk, 2017